hallo liebe fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem kleinen video am samstag es ist soweit kann man echt zu sagen vor einem jahr hatte ich es vor und nun wird es wahr ich werde streamen nicht irgendetwas wie ich finde oder was heißt nicht irgendetwas ich weiß noch nicht genau was ich streame denn das entscheiden wir gemeinsam im stream minecraft lost denke ich mal eher nicht vielleicht habt ihr bock auf starbound vielleicht habt ihr bock auf pubg oder auf andere spiele ihr könnt auch gerne schon mal hier in die kommentare schreiben aber für mich steht schon das darf schon fest ich werde nämlich da steht auch im titel natürlich drinnen hier jetzt bei diesem wunderschönen bild nicht aber das steht im titel drinnen denn wir werden am ersten märz wochenende dem dritten märz dem samstag werden wir streamen eine stunde bevor der stream losgeht werde ich noch ein video hochladen also so ein 30 sekunden video so von wegen in einer stunde geht's los und wie gesagt ist ihm das erste mal von daher verzeiht es mir wenn es vielleicht nicht perfekt ist aber ich möchte gerne stream weil naja weil es halt eben gleich ist nicht so eben dieses aufgenommene video sondern zu dem was man macht bekommt man gleich ein feedback und ich hoffe natürlich dass ihr mit am start seid von daher haltet euch den tag frei dritter märz und ich denke mal höchstwahrscheinlich aber ich denke es wird 14 uhr sein und wir machen einfach ein bisschen wir plaudern ein bisschen vielleicht hier über fußball weil ich hier auch gerade schick so angezogen bin dass man an diesem wochenende sonst auch die bundesliga mit verfolgen kann ich habe keine zone oder so sonst könnte man obwohl das geht nicht wegen den rechten glaube ich aber man könnte ja trotzdem die spiele verfolgen man kann spiele spielen man kann pratschen konsole werde ich nicht spielen aber halt computerspiele von daher noch mal dritter märz 14 uhr kommt mein allererster livestream ich werde auf twitch stream nicht auf youtube und ja hier ist der link falls ihr da schon mal vorbei sehen wollt man kann spenden das habe ich eingerichtet und sagt euren freunden bescheid und mir bleibt nur noch zu sagen anpfiff abpfiff tor schaufensball freunde und bis zum nächsten mal haut rein und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal